Hallo liebe Modellbahner, nach längerer Abwesenheit von Modellbahnvideos gibt es heute ein neues und zwar von dem Märklin Goliath Drehkran, der so hohen Spielwert hat, dass ich euch das echt mal vorführen möchte und wünsche euch jetzt ganz 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 viel Spaß dabei. Ansonsten abonniert meinen Kanal, klickt, es gibt viele Neuigkeiten. Hier seht ihr den Neuaufbau, hier kommt die Gotthard Südramp hin, in der Nähe von Giornico. Dazu gibt es ein extra Video, jetzt wieder ein bisschen mehr. Also ich wünsche euch viel viel Spaß jetzt mit dem Rangiermissgeschick, was passiert ist und wie der Goliath Kran hier die Schweizer Eidgenossen aus der Patsche hilft, mit einer Baureihe 218 von der Presse, die extra angefordert wurde. Viel Spaß! Langsam vorfahren, vorfahren. Ja. 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 không Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.